Na klar! Hallo! Was machen wir heute? Wir machen heute ein James-D-Shooting. Wir versuchen hier in einer ziemlich einfachen Umgebung ein gewisses Flair von Hollywood zu kriegen. Video-mäßige Bilder, die wir jetzt noch mal so machen können. Video-mäßige Bilder, die wir jetzt noch mal so machen können. Video-mäßige Bilder, die wir jetzt noch mal so machen können. Warte, 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 wir prüfen das mal, ein bisschen mehr kippen, noch mal ein bisschen so, vielleicht musst du den Zeigefinger ein bisschen nach hinten. So, die Brenzen machen wir durch, wir haben jetzt in der Unternehmung durchgearbeitet. So, die Brenzen machen wir durch, wir haben jetzt in der Unternehmung durchgearbeitet. So, die Brenzen machen wir durch, wir haben jetzt in der Unternehmung durchgearbeitet.